Zehntausende Menschen demonstrieren in Leipzig gegen Corona-Maßnahmen. Ganz vorn dabei Hooligans und Neonazis aus ganz Deutschland. Ein Bündnis aus Corona-Leugnern, Esoterikern und Reichsbürgern marschiert durch Berlin. Wie finden Sie das denn, wenn Neonazis vor Ihnen im Publikum stehen? Also ich habe noch keinen gesehen. Holocaust-Leugner und Aktivisten liegen sich in den Armen. Die Leute werden wach und dann, dann schnappen wir euch. Ich hab keinen Bock mehr, Bock mehr! Ich hab keinen Bock mehr, Bock mehr. Bis zum nächsten Mal.